In wenigen Tagen ist es endlich soweit, denn am 17. September ist die RTX 3080 endlich erhältlich. Nvidia verspricht eine satte Leistungsschreibung von ganzen 100%, das ist die doppelte Leistung im Vergleich zu RTX 2080. Wie ist jetzt so ein gewaltiger Leistungssprung eigentlich möglich? Und welche architektonischen Änderungen hat Nvidia eigentlich überhaupt von Turing hin zu Ampere vorgenommen? Um diese Fragen zu klären, haben wir heute einen Experten an Bord, nämlich Lars Weinand von Nvidia. Erstmal hallo Lars an dich und vielen Dank, dass du heute bei uns bist, um jetzt eben unsere technischen Fragen zu Nvidia GeForce RTX 3000 zu erläutern. Stell dich doch am besten erstmal kurz selber vor. Hallo, mein Name ist Lars Weinand, ich arbeite bei Nvidia jetzt seit rund 14 Jahren, bin für technisches Marketing im Bereich GeForce Desktop zuständig. Ja, und bin sehr aufgeregt und gehypt, um euch ein bisschen was über die neuen Ampere-Karten zu erzählen heute. Ja, vielen Dank Lars für deine kurze Vorstellung, also ihr seht schon, das ist definitiv der richtige Mann, den wir heute zu uns eingeladen haben. Bevor es jetzt mit dem Tech Talk wirklich losgeht, möchte ich noch ein paar kurze technische Details nennen, die Nvidia jetzt schon auf der Präsentation soweit genannt hat. Die Leistung zwischen RTX 3080 im Vergleich zu 2080 soll wirklich enorm steigen. Also wenn wir jetzt eben auf die Shader-Terraflops eingehen, dann gibt Nvidia hier an, dass bis zu 30 Shader-Terraflops erreicht werden sollen. Im Vergleich, die RTX 2080 hat die gerade mal 11, also das ist ein Faktor 2,7, das ist wirklich enorm. Verantwortlich dafür zeigen sich ganze 8704 Cuda-Cores, das ist aber noch nicht mal die Spitze des Eisbergs, denn die RTX 3090 soll ca. 10496 Cuda-Cores haben. Im Vergleich jetzt zu RTX 2080, die kam jetzt gerade mal auf 2944 Shader-Einheiten oder die GTX 1080 kam gerade auf mal 2560, das ist wirklich ein gewaltiger Sprung, der alles andere als normal ist. Jetzt kommen wir dann eben auch zur ersten Frage Lars, kannst du bitte den Zuschauern mal eben so kurz erklären, wie ihr auf diese gewaltige Zahl von 10496 Cuda-Cores kommt und welche anderen architektonischen Änderungen ihr so vorgenommen habt, um eben diesen gewaltigen Leistungssprung zu realisieren? Ja, gerne. Also Cuda-Kerne sind das eine, wie du erwähnt hast, hat sich die Zahl weitaus gesteigert gegenüber Turing und das Ganze geht ein bisschen zurück, wenn man schaut, wie ist ein Cuda-Kern definiert. Ein Cuda-Kern ist ein FP32-Math-Unit, das heißt jede Unit, die FP32 ausführen kann, wird bei uns traditionell als Cuda-Kern geführt. Mit Turing haben wir neben FP32-Units auch Integer-Units separate eingeführt und das war der große Vorteil von Turing, er kann gleichzeitig Integer und Floating-Point berechnen und bei Ampere haben wir uns die Integer vorgenommen und haben die nochmals erweitert um einen weiteren FP32. Das ist sozusagen doppelt, der kann dann weder Integer machen oder FP32. Und damit haben wir die Zahl der Cuda-Kerne in dem Fall deutlich erhöhen können, denn wenn wir rein für Compute-Anwendungen laufen haben, so wie wir die Kerne zählen, dann kommen wir eben da auf die große Zahl von mehr Kernen. Aber selbst ohne, wenn du die Hälfte nimmst, wären wir schon deutlich drüber. Aber da wir das Ganze jetzt erweitert haben, praktisch mit neuen FP32-Units, gerade für Compute, ist die Karte super viel schneller. Wie gesagt, für Shader macht das Ganze natürlich sehr viel aus in Spielen. Spiele benutzen Integer und FP32, wobei je moderner und je mehr Compute im Spiel drin ist, über Direct Compute oder Cuda oder was auch immer, umso mehr profitieren dann die Ampere-Karten über die erhöhte FP32-Leistung. Vielen Dank für diese Ausführungen. Jetzt noch eine kurze Einung von meinerseits für alle Nicht-Informatiker da draußen. Also Int steht eben für Integer, also das sind wie gesagt Ganzzahlen und Floating Point für Nachkommazahlen, also was zum Beispiel 3,1415, also zum Beispiel jetzt Pi. Jetzt wissen wir jetzt schon mal, wie eben diese gewaltige Leistungssprung hauptsächlich im Spielen zustande kommt. Jetzt habt ihr ja damals vor zwei Jahren, 2018 bei der Gamescom, mit RTX 2000 noch eine Neuerung eingeführt, nämlich Hardware-seitiges Raytracing. Und auch hier soll jetzt eben bei Ampere die Leistung wirklich deutlich steigern. Also ihr gebt eben an, eine 1,7-fachen Faktor, nämlich von 34 Raytracing-Teraflops auf ganze 58 Raytracing-Teraflops. Das ist auch wieder eine enorme Steigerung, die hauptsächlich eben durch diese neue Generation der RT-Kurse zustande kommt, sondern nämlich der zweiten Generation. Kannst du da vielleicht ein bisschen kurz erzählen, was eigentlich die großen Änderungen von der ersten zur zweiten Generation waren? Ja, also wir haben viel intern geändert im RT-Kern. Wir haben in zwei Jahren viel gelernt, wo sind die Limitierungen auch mit den aktuellen Spielen. Das heißt, wir haben intern die Ressourcen pro Kern erhöht. Wir haben die Rechenleistung teilweise verdoppelt pro Kern intern. Das heißt, das ganze Traversal geht jetzt deutlich schneller. Ja, also wo die Bottlenecks sind. Es gab ein paar sozusagen, wie kann man sich vorstellen, wie Caches, die dann teilweise mal am Limit sein können bei Touring. Je nachdem, was ich jetzt gerade rendere für Raytracing, gerade wenn jetzt Spiele sehr viel verwenden und also sehr viel Raytracing-Effekte verwenden. Das heißt, wir haben da die Ressourcen einfach deutlich erweitert in Ampere. Natürlich, was wir genau machen, das verraten wir natürlich nicht, weil wir bisher die einzigsten sind, die sowas auf dem Markt haben. Und es ist wirklich nicht trivial. Aber wir haben, wie gesagt, viel gelernt. Es ist jetzt die zweite Generation. Und es wirkt halt im Zusammenspiel mit dem Rest in Ampere, den wir einfach verbessert haben. Aber da kommen wir ja noch zu. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das wahrscheinlich auch ziemlich viel mit der Aufgabenverwaltung zu tun hat, dass eben quasi das wirklich die Anzahl der Rechenkerne wirklich optimal ausgenutzt wird, oder? Genau. Also eine große Neuerung in Ampere ist, dass wir jetzt Concurrent, Raytracing und zum Beispiel Tensor-Cores gleichzeitig verwenden können in Verbindung mit Shading. Das konnte Turing nicht. Turing konnte nur einmal Shading und eine Art von Compute-Kernen, also in dem Fall Tensor-Cores oder RT-Cores. Und Ampere kann jetzt alle drei gleichzeitig. Also das führt, wenn man so will, ist das ein Asynchronous-Compute-Modus, der alle drei Rechenkerne, die wir in Ampere haben, also die Shader, die Raytracing-Kerne und die Tensor-Kerne können da gleichzeitig verwendet werden. Zum Beispiel für Raytracing können wir dann die Noising gleichzeitig schon laufen lassen, während wir die RT-Cores verwenden. Ja, Tensor-Cores, Lars, ist eben ein gutes Stichwort. Also für alle, die es nicht wissen, Tensor-Cores ist eben für die künstliche Intelligenz zuständig. Also zum Beispiel in Spielen, DLSS, Deep Learning, Super Sampling. Was macht das Ganze? Also wenn ihr jetzt ein Spiel in einer relativ hohen Auflösung, zum Beispiel UHD, spielen wollt, rennt das Spiel, zum Beispiel in einer niedrigen Auflösung wie Full HD, also 1029x1080, und skaliert das Spiel dann anschließend mit künstlicher Intelligenz, also mit den Tensor-Cores, auf die native Bildauflösung wieder nach oben. Das soll dann eben nicht nur für höhere FPS zahlen, sondern sogar auch für schärfere Bilder sorgen. Und auch hier wieder hat es Nvidia geschafft, eben einen enormen Leistungssprung zu vollziehen, nämlich von 89 Tensor-Terraflops auf ganze 238 Tensor-Terraflops. Also auch hier wieder Faktor 2,7, ist echt beeindruckend. Gibt es bei den Tensor-Recheneinheiten irgendwie eine andere Änderung als bei den Raytracing-Einheiten? Weil hier seid ihr mittlerweile schon bei der dritten Generation. Oder sind die Änderungen da sehr vergleichbar zu den RT-Cores? Also da sind die Änderungen nochmal viel fundamentaler. Wir haben eigentlich die Zahl der Kerne reduziert, um die Hälfte, haben die Leistung pro Kern aber verdoppelt bei Ampere. Und wir führen ein Feature ein, das nennt sich Sparsity. Und Sparsity steht eigentlich dafür, wenn man sieht, wie ein neurales Netzwerk funktioniert, dort gibt es Gewichtungen, was die wahrscheinliche Antwort ist. Das heißt, das AI-Netzwerk hat verschiedene Antworten, verschiedene Möglichkeiten und auf einem gewissen Content angewendet, werden verschiedene Gewichtungen gegeben. Und Sparsity bedeutet jetzt grob gesagt, dass ich automatisch alle Gewichtungen, die eine geringe Wahrscheinlichkeit haben, sofort weglasse. Und damit kann ich die Rechenleistung quasi verdoppeln, weil ich den Input sozusagen halbiere. Das nennt sich Sparsity. Damit habe ich in der Berechnung von AI-Netzwerken eine Verdoppelung der Leistung. Und das funktioniert natürlich, hängt natürlich vom Netzwerk ab. Das heißt, es ist ein bis zu. Und bei Ampere kann man sagen, wir sind mindestens genauso schnell wie bei Turing. Mit Sparsity sind wir doppelt so schnell mit der reinen Rechenleistung. Und generell haben wir jetzt, sage ich mal, über die Anzahl, was wir dort jetzt reingepackt haben, haben wir insgesamt eine viel höhere Rechenleistung jetzt von Intensa-Kern, als wir das bei Turing hatten. Also das hat sich alles da noch mal ein bisschen geändert, wurde noch erweitert. Das ist auch ein Feld, was sehr, sehr schnell aktualisiert wird, wo sich viel verändert, wo viel geforscht wird. Wir haben einen Broadcast vorgestellt, wo wir AI benutzen, um einen virtuellen Greenscreen in so einem Environment, wie wir es jetzt haben, dann zu ermöglichen für jedermann. Der benutzt auch AI, der läuft auf den Tensor-Kern, der benutzt keine CPU-Ressourcen, den kann ich selbst während den Spielen laufen lassen, weil er einfach nebenherläuft. DLSS hast du schon erwähnt. Da haben wir viel geändert mit DLSS in der Vergangenheit. Also wir haben DLSS vor zwei Jahren veröffentlicht. Da hatte jedes Spiel ein eigenes trainiertes Netzwerk und hatte Limitierungen. Das ging nur mit verschiedenen GPUs in verschiedener Auflösung, war alles sehr limitiert. Und das Ergebnis war natürlich schneller, aber leider ein bisschen unscharf. Und mit DLSS 2.0, das wir im Frühjahr vorgestellt haben, haben wir alles komplett verändert. Das heißt, jetzt nehmen wir nur noch ein trainiertes Netzwerk für alle Spiele her. Das heißt, wir haben da die komplette AI verändert und der große, du hast schon erwähnt, es ist deutlich schärfer als das native Bild. Und das ist eben möglich, da wir jetzt in Verbindung mit Motion-Vektoren im Spiel jetzt mehrere bereits gerenderte Frames hernehmen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, du hast das Beispiel gebracht, ich rendere in 1080p und skaliere das hoch auf 1440p oder 4K, je nach Modus, dann wird das Bild, also nicht nur skaliert, sondern es wird neu zusammengesetzt, inklusive Kantenklettung. Und der Trick, den wir jetzt bei DLSS 2.0 anwenden, ist, das Spiel ist ja am Laufen, das heißt, ich habe die ganze Zeit schon Frames gerendert und die stehen dem Algorithmus, also dem Netzwerk zur Verfügung. Das heißt, ich kann die, nehme die letzten 5, 6 gerenderten Frames plus das aktuelle Bild und generiere aus dem das finale Bild mit DLSS in der finalen Auflösung. Und so bekommen wir kurioserweise mehr Detail zustande, als es mit einer nativen Auflösung möglich wäre, weil wir einfach mehr Pixel haben. Also es sind nicht weniger Pixel, sondern mehr, aber es sind vergangene Pixel, wenn man so will. Und die AI kann das kompensieren, dass sich da zum Beispiel was bewegt im Bild. Die kann das genau zuordnen und dadurch wirkt das Ganze dann entsprechend schärfer. Das ist halt das Schöne an der AI, dass das Ganze nicht festgebacken ist in irgendeinem Algorithmus. Wow, also das war jetzt wirklich ein sehr, sehr umfangreicher Exkurs. Vielen Dank dafür. Ich denke, jetzt sollten wir umfangreich informiert sein, eben wie diese ganzen gewaltigen Leistungssprünge zustande kommen. Jetzt stellen sich natürlich noch ganz, ganz viele Gamer die Frage, so brauche ich jetzt eigentlich neue Hardware, nämlich erstens in Bezug auf Netzteil und zweitens in Bezug auf Mainboard. Also ihr habt ja zum Beispiel jetzt mit Ampere auch einen neuen 12-Pin vorgestellt. Hier kann ich jetzt schon mal Entwärmung geben. Da legt ihr jetzt immer einen entsprechenden Adapter bei, also von 2x8-Pin auf einmal 12-Pin. Jetzt ist aber noch eine ganz andere Frage, inwieweit profitieren jetzt RTX 3080 oder 3090 Prozessoren eigentlich von PCI Express 4.0, dass ja die Datenübertragungsrate im Vergleich zu PCI Express 3.0 verdoppelt. Also aktuell ist es so, dass wir, wenn wir Performance-Messungen machen, sehen wir im Average, also im Durchschnitt, ein, zwei Prozent Unterschied zwischen Gen 3 und Gen 4. Also ich sage mal, für aktuelle Spiele macht das jetzt keinen großen Unterschied. Es gibt natürlich schon manche Spiele Ausnahmen, die dann 7, 8, 9 Prozent mal Unterschied zeigen. Das ist aber noch die Ausnahme. Es ist aber auch so, dass Spiele werden immer größer. Das heißt, ich habe immer größere Datenraten, die ich von meiner Platte auf den Rechner bringen muss, also in den Speicher, die eingelesen werden müssen. Zum Beispiel Flight Simulator hat 200 Gigabyte. Und das ist bereits komprimiert. Das heißt, die Spielentwickler gehen hin, nehmen komprimierten Content. Vorteil ist, wenn ich ein komprimiertes File übertrage, das ist normal wie ein ZIP-File, kann man sich das vorstellen, dann habe ich einen Faktor von 2.1. Das heißt, ich habe die doppelte Datenrate. Das ist natürlich schon mal eine tolle Sache. Das Problem ist, die CPU muss das erst dekomprimieren, bevor es an die GPU geht. Und damit die GPU das lesen kann, damit die Daten vorliegen. Und jetzt hast du die neuen Drives angesprochen, Gen 4 Drives, SSDs, die halt super schnell sind, bis zu 7 Gigabyte pro Sekunde. Und da haben wir gemessen, dass wir, wenn wir komprimierte Files über die CPU entpacken müssen, erst, dann nehmen wir 24 CPU-Kerne in Geiselhaft, die das in Echtzeit machen müssen. Das geht also schon auf dem Threadripper, aber dann kann ich kein Spiel mehr spielen. Und deshalb RTXIO, wir leiten das direkt auf die GPU und dort macht das in der Regel, kann man sagen, grob 1SM, macht ein bisschen die Dekomprimierung, das läuft nebenher. Da habe ich vielleicht 1-2% Performance auf der GPU für diese Datenrate von effektiven 14 Gigabyte pro Sekunde dann, also 2 mal 7. Also das ist ein Faktor für die Zukunft. Wichtiger ist eigentlich, wenn ich sehe, dass ich nur eine limitierte Anzahl von PCI-E-Lanes habe in meinem System. Das heißt, je nach CPU habe ich nur eine limitierte Zahl von PCI-E-Lanes. Und der große Vorteil, den ich persönlich sehe von Gen 4 bei Grafikkarten, ist, dass ich einfach nur mit 8 Lanes Gen 4 meine GPU betreibe und die restlichen Lanes habe ich eben, um jetzt schnelle Gen 4 SSDs und sonst was zu betreiben. Wenn ich jetzt so eine Gen 3 GPU habe und ich müsste die Lanes reduzieren, damit ich andere Geräte anbinden kann über PCI-E, dann habe ich da einen Bottleneck. Also Gen 3, 8 Lanes ist jetzt nicht so toll, das merke ich in der Performance. Wenn ich jetzt 8 Lanes Gen 4 habe, merke ich das jetzt nicht so doll. Also kurze Antwort, Gen 4 ist schön, man braucht es jetzt noch nicht unbedingt, wenn ich meinen Rechner lange behalten möchte, kann es natürlich nicht schaden, jetzt schon auf Gen 4 zu gehen. Ja, ich denke, mit dieser Antwort dürftest du auf jeden Fall viele Gamer da draußen beruhigt haben, die jetzt nicht unbedingt ein neues Mainboard sofort kaufen müssen. Jetzt noch ein kurzer Punkt. Also wir waren ja alle wirklich sehr positiv überrascht, dass die Preise doch verhältnismäßig günstig ausgefallen sind. Also jetzt nur mal als Vergleich. Die RTX 3080 Faunus Edition solle hierzulande 699 Euro kosten. Die RTX 2080 lag vor zwei Jahren Markteinführungspreis bei 849 Euro, so 150 Euro mehr. Kannst du vielleicht einen besonderen Grund nennen, warum die so günstiger sind? Oder war das einfach jetzt nur so, dass ihr gesagt habt, ihr habt einfach den Preis genommen, der sich quasi aus der Fertigung gegeben hat? Das ist interessant. Also wir bekommen da natürlich auch viel Feedback dazu. Also generell muss man eigentlich die Positionierung anschauen. Was die meisten jetzt machen, ist eine 3080 mit einer 2080 Ti zu vergleichen und sagen, oh, die ist jetzt ja viel billiger für wahnsinnig mehr Leistung. Die Crew ist eigentlich das, dass wir so wahnsinnig mehr Leistung haben. Also die 3080 löst die 2080 Super ab, geht genau in das Segment und wo die 2080 Super lag. Und wenn ich das von mir so anschaue, ist der Preis gleich geblieben für das Segment. Die Leistung hat sich aber eben je nach Spiel bis zu verdoppelt. Und das ist der große Unterschied. Das heißt, ich bekomme für denselben Preis jetzt sehr viel mehr Leistung. Das kann man natürlich auch sagen, die Leistung ist jetzt sehr viel billiger, ja. Aber generell haben wir jetzt nicht so wahnsinnig viel geändert. Gut, wir gehen von 8 GB auf 10 GB, von der 2080 Super auf die 3080. Die 3090 vergleichen wir mit der Titan ATX, die von 2.500 Dollar jetzt runterkommt auf 1499. Ist natürlich wieder ein Tick mehr, als jetzt eine 2080 Ti war. Aber die ganze Positionierung ist alles ein bisschen, man muss es eigentlich vom Segment sehen. Also 70 zu 70, 80 zu 80, da hat sich jetzt vor allem die Leistung gebessert. Also gerade die 3070 ist für mich ein super interessantes Produkt, weil es gegenüber der 2070 Super ein riesen Leistungssprung ist, ein riesen Feature-Sprung. Und also generell können wir sagen, ja, eigentlich sind wir jetzt nicht wahnsinnig viel billiger. Wir sind eigentlich gleich geblieben, aber wir haben die Leistung halt richtig an der Leistungsschraube gedreht. Und das kann man natürlich, Preis-Leistung sind wir natürlich viel billiger geworden, viel besser als vorher. Aber die reinen Preissegmente sind jetzt gleich geblieben. Aber es ist so, wie die Leistung jetzt ist, gibt es sehr viele gute Gründe, um abzugraden. Gerade von älteren GPUs, also Maxwell oder Pascal, da kriege ich richtigen Leistungsschub. Was natürlich jetzt leider auch noch etwas größer ausfällt, ist der Sprung bei der thermischen Verlustleistung, nämlich von der RTX 2080 Ti, die beim Faunus Edition noch 260 Watt hatte, bis hin jetzt eben zur RTX 3090 mit ganzen 350 Watt thermischer Verlustleistung. Ist natürlich schon ein recht großer Sprung. Dennoch sagt ihr, dass das Verhältnis aus Performance zu Watt sich um einen Faktor 1,9 erhöht haben soll. Ist jetzt so die höhere Leistungsaufnahme quasi der Tod, den Gamer sterben müssen? Oder sagt ihr, dass die Leistungsaufnahme jetzt eigentlich noch so voll im Rahmen ist? Also bei der Leistungsaufnahme muss man unterscheiden, beispielsweise vom Chip. Wir haben einmal den GA104, der bei der RTX 3070 zum Einsatz kommt. Und da ist es ziemlich gleich geblieben, was die Leistungsaufnahme angeht, zu einer 2070 Super bei deutlich besserer Performance. Bei jetzt GA102, der bei der 3080 und 3090 zum Einsatz kommt, haben wir den ganzen Transistor, also das ganze DAI darauf optimiert, dass es mit mehr Leistung umgehen kann. Wir haben einen neuen Samsung 8nm Custom-Prozess, den wir mit Samsung entwickelt haben. Und generell ist es jetzt so, ich kann nicht unendlich Leistung in den Chip stecken und erwarten, dass er immer schneller wird. Das heißt, ich muss den so designen. Und wir hatten eben die Möglichkeit, über den neuen Prozess, über die Art, wie wir den Chip jetzt designen, dass wir deutlich höher gehen können und das auch gleichzeitig in bessere Performance ummünzen können. Wir haben da ein Beispiel gezeigt in der Performance pro Watt. Das war ein Control 4K, wo jetzt eine 2080 60 FPS liefert bei 240 Watt und bei der gleichen Performance 60 FPS liefert eine 3080 gerade mal 130 Watt. Also es ist deutlich Power Efficient, also mehr Power Efficient, wie man auch bei der 3070 sieht. Gegenüber der 2070 Super, viel mehr Leistung bei gleicher Power. Und wir hätten jetzt auch Schluss machen können bei 260. Da wären wir dann bei so 90 FPS gewesen, den Control von 60 auf 90. Ist ja ganz nett. Aber wir haben den so designed, dass wir auch nicht so eine flache Kurve haben, wenn wir jetzt mehr Power reinstecken. Man kennt das bei Extreme Overclocking. Ich mache mehr und mehr Power rein, mache das Power Target immer höher, aber die Leistung kommt eigentlich nicht an. Die Karte wird aber immer heißer. Extreme Overclocker kühlen das jetzt mit Liquid Nitrogen auf unter 0 Grad, können da noch mehr Power reinhauen und bekommen mehr Leistung raus. Und bei Ampere, also bei GA102 ist es so, ich gebe mehr Leistung rein, die die GPU dann aber auch in Performance umsetzt. Wir haben dann den Beispiel von 60, gehen wir dann hoch auf 110 FPS. Also das ist mit ein Teil, der dafür verantwortlich ist, warum machen wir diesen Performance-Sprung? Ja, wir nehmen mehr Leistung in Anspruch, also mehr Strom, aber wir setzen den 1 zu 1 in Performance um. Und gerade die Founders Edition, die laufen kühler als jetzt in 2080 Founders Edition, auch deutlich leiser mit dem neuen Kühlkonzept, was wir haben. Also es ist nicht so, dass ich jetzt Spiegeleier auf der Karte brate. Die meisten Karten laufen mit 70, 75 Grad in Unterbelastung. Und das ist absolut völlig in Ordnung und es ist praktisch das neue High-End, wenn ich so will. Und von den Netzteilen her, wir geben 750 Watt an für ein Enthusiast-System. Also jeder Rechner, der eine 2080 Ti laufen lassen kann, kommt auch mit einer 3080 oder 3090 klar. Ist eigentlich kein Problem. Also wir tun es, weil wir es können und wir machen es auch, weil wir den Leuten mehr Leistung geben wollen. Und ja, mit der mehr Power muss ich dann leben. Dafür habe ich aber auch entsprechend mehr Leistung. Ist jetzt nicht so, es ist nur Power, es kommt aber nichts bei rum. Ist eigentlich das Gegenteil. Ja, super. Vielen Dank, Lars. Auf jeden Fall von uns, also von der PC-Welt und auch von unserer Community für deine Zeit und für dein umfangreiches technisches Know-how, das du hier an den Tag gelegt hast. Das war es jetzt eben soweit mit unserem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr in Zukunft solche Videos nicht mehr verpassen wollt, dann abonniert doch gleich mal unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao und bis dahin. Ciao. Ciao.